Ey, hau ab, Alter! Ein Band ist in der Nähe, steht hier. Das ist jetzt alles zu Geister? Ja, wir müssen das jetzt suchen. Tschüss! AHHHHH! Guten Tag und herzlich willkommen hier zurück bei Dead Realm. Das ist ein ganz neues Spiel, das ist so ein Horrorspiel. Ich spiele gerade zusammen mit den Paratoons. Hi! Da unten ist der Potti. Ja, und dem Eddy, den Edwatch. Und der ist gerade der Geist. In dem Spielmodus ist es so, dass sie halt drei Leute letztendlich vom Geist wegrennen müssen. Und dass einer der Spieler halt den Geist spielt und uns erschrecken muss. Und ich hab gerade mega Schiss, Alter! Eddy, welcher Geist bist du? Alter! Wohl bemerkt ist es auch bei Daniel Mierte das erste Video auf dem Kanal. Ja, hi! Ja, ich hab auch keine Ahnung von dem Gang. Alter! Also ich glaub, ich hab mich gut versteckt. Nein! Ich hab mich gerade erstrotzt. Ey! Das war der böse letzte Video. Ey, mach die scheiß Tür auf! Geh weg! Ah, Alter! Ich hab mir die Scheiße, Alter! Man kann auch irgendwie sein Handy aufrufen. Hier, mit rechtsklick! Mit rechtsklick! Kannst du Sicherheitscams zugreifen? Mit Z! Oh, lol! Mit X! Alter! Am K, Alter! Ich fänd's euch! Am K, Alter! Hauptsache es ist Z und X, Alter! Wie unbehindert! Ja, das ist wegen Amerika! England, so! Weg Amerika! Alter, wo du bist? Ich seh den nicht! Die Handy-Batterie lädt sich auf jeden Fall wieder auf! Äh, was? Oh, fuck! Warte! Alter! Ich hab's gerade fetten gehört! Alter! Was für fetten! Schae**... Warte, mach opened! Das ist was gefällt! O IOEFOOOOOOHOOHOOHOOOCH. Ich nehmens! Ist jetzt alle gefällt. Das ist oben an der Uhr. Das sind so rote Dinger. Achso, okay. Du bist jetzt tot, ne? Nein, alles in eurem Leben. Ich war auch bei Daniel. Ja, scheinbar nicht. Vogelbeet. Hab ich nicht gesehen. Aber ich sehe auch Daniel den Dings. Also in der Sicherheitskammer. Hör mal. Alter! Oh mein Gott! Was war das? Unspoß. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey Leute! Ich überleb das vor euch. Scheiße! Benni! Geh weg! Benni! Siehst du mich? Benni! Ey, hau ab, Alter! Ein Mensch ist in der Nähe, steht hier. Benni! Also jetzt ist alles Geister? Ja, ja. Müsst ich jetzt suchen und auf die Töne Zeit kommen. Tschüss! AAAAAAAAHHHHH! Ey, wir sind Geister. Geister haben wir gewonnen. Yay! Alter! Boah, das macht Spaß! Wo ist die Pottie? Lass mich mehr da rein. Ey Leute, aber wenn mir jetzt gerade Pottie richtig übersteuert, musst du den echt nochmal leiser machen. Ohhhh! Ich hab mich irgendwie erschrocken, Alter. Ich bin vor allem so ein Scheiß Loch reingefallen, kann da nicht mehr so auseinander machen. Ja, Alter, bei mir, weißt du denn, erst beißt der mir oder frisst mich so auf, ne? Dann siehst du das Baby, schreit mich an, danach frisst du mich auch noch, schreit mich auch noch an. Jo Leute, da sind wir jetzt in der nächsten Runde und hier ist es Daniel, der Geist von Paradoons und... Ach, das ist ne Lüge. Ich bin kein Geist, ich bin ein Baby. Du bist ein kleines süßes, liebes Baby, ne? Ey, was ist denn hier so rum? Ey, mal auf zu gucken, Alter. Hört ihr das? Was? Lass mich in Ruhe, Daniel. Du bist der Erste auf meiner Liste. Ach, nein. Wie frisst man eigentlich jemanden? Rechtsklick oder was? Linksklick, da steht, was du klickst. Ah, okay. Wir sind auch wieder am Anfang. Da gleich mit dem Geist, was er drücken muss, um euch zu fressen, Idiot. Okay, ich hab den schlechtesten ver- boah, kacke, Alter. Lass mal zusammenbleiben, Alter. Nein, Alter, sind wir jetzt zufrieden. Ja, lass mal messen zusammen. Bei den Horrorfilmen trennen die sich immer an. Oh! Am Carp, was passiert? Wo seid ihr? Ey, was machst du da? Der ist bei uns, der ist irgendwo bei uns hier. Ah! Er ist hier, er ist hier, er ist hier. Das ist mal Steck, Leute. Ja, Eddie ist mir überhaupt die ganze Zeit nachgelaufen, Alter. Ohne Scheiße. Ja, jetzt bin ich wieder, schuldig. Ja, du bist... Wo ist der jetzt? Also bin ich jetzt auch so ein schein geiler Geist. Eddie? Komm raus, komm raus, komm raus. So immer wie... Ah, da seid ihr. Achso, Fettmann, Leute. Ah, ist ja easy. Ich bin immer nur Leute. Hey, Leute. Hä? Manni, du kannst dich auch killen. Ja, klar. Ach, Kacke. Hast du mich jetzt als Baby gesehen oder als Mensch? Oh mein Gott. Wer ist das? Daniel, bist du hässlich. Hä? Weißt du, Potti sich eben versteckt hört? Hehehe. Alter, da... Oh mein Gott. Wie hässlich du einfach bist. Bin ich hässlich, ich bin kein Junge. Lass mich in Ruhe. Hehehe. Guckt euch mal dieses hässliche Kind an. Das Potti. Potti. Also ich... Vorteil, wenn man die Map kennt, war? Ja. Ich hab die Map nicht. Hier. Alles. Wer ist ihr bei uns? Ich hör... Ich hör sein Herz. Warte! Warte! Was? Warte! Ah, ich seh ihn! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Läu? Nein! Ich bin als erstes... Ne, ich bin als erstes. Weiß nicht, ich seh ihn kommen. Ich seh diesen hässlichen kleinen Baby. Aufsache Benni schon wieder. Ich bin doch da. Nein! Nein! Ja komm, dann starten wir mal gucken. Vielleicht... Eddie's gut. Warum bin ich nie im Geist? Da will ich mich rausfliegen, glaub ich. Ja, ich würd grad sagen, weil du mal rausfliegenst. Ich bin onkelgeist, mach dir nicht. Das ist das Portal! Oh! Achso! Was? Nix, nix! Scheiße! Fuck, 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 fuck! Dreck neben mir! Hä? Was ist das für ein scheiß Startpunkt? Warum geht das so schnell los? Weil Daniel es so eingestellt hat. Ach, war ich kacke, Daniel. Ja, Daniel, war ich kacke. Ey, ich hab jetzt Angst. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wer war das jetzt? Ey, Daniel, warum hab ich keine Lockvögel und so? Ich weiß ein anderer, das spielen wohl los ist. Den hab ich jetzt gewaked. Äh, Putti. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, hast du nicht? Oh mein Gott! Nein! Ich kann überlaufen! So, wer ist der letzte? Benni! Was ist der Sch... Ich wollte hier durch, aber ich kam hier nicht durch. Das war für fies. Ach komm, ich lauf jetzt einfach raus, dann kann ich auch nicht geschreckt werden. Was sagst du? Benni! Ach, war Piep! Piep! Ah, da ist er ja! Hahaha! Musst du mir erstmal kurz mal das Baby angucken. Aber... Ganz im Ernst, ne? Der Startpunkt war jetzt echt beschissen. Ja, und dann... Ja, wegen deiner Zeit auch noch ein bisschen. Oh mein Gott! Was da dem war jetzt? Ja, das war echt bekackt. Ja. Das war echt... Das nehmen wir auch nicht rein. Pass auf, Benni ist raus. Hä, warum geht das? Geht sofort los! Ach so! Nein! Warte mal, weg hier! Ja, was ist das für ein scheiß Startpunkt? Geh weg! Nein! Ne, das ist ne dumme Idee, in die Richtung zu laufen. Alter! Hahaha! Ey, Jungs, 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 guck mal! Ja, Daniel! Hier, nein! Nicht da runter! Hahaha! Ich hab keine Lust mehr! Hahaha! 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 Hey Leute, was hast du für ne komische Anzeige, die sich oben füllt? Der Heizkamera? Was für ne Sicherheitskamera? Daniel ist vor mir! Hahaha! Alter, was ist denn? Hahaha! Alter! Der ist voll der krasse Typ! Boah, der hat voll herrlichen Schritte, Junge! Ja, aber du hattest schon 10 Kilometer vorher gehört! Hast du den anderen genommen? Anderen? Kann der irgendwas? Was? Hier! Daniel! Was? Daniel! Hahaha! Äh, hast du mal Putti entschreckt? Och nein Leute, hört auf mich zu verarschen! Wo sind denn überhaupt diese Uhren? Oh, ich hab eine gefunden! Oh! Äh, schrie! Lass mich in Ruhe! Oh! Ähm, Edward! Warum höre ich dich? Äh, ähm, was ist das für komische schwarze Punkte, die so leuchten? Hast du das für die Uhren? Nee! Warte, lass ein Herz schlafen! Warum, warum kann ich ihn nicht? Oh mein Gott! Ah! Hahaha! Hahaha! Scheiße! Hahaha! 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 Scheiße, was! Das ist sowas auch cool, Junge! Hahaha! Ja, wenn man geistig ist, ist sowas auch cool, ja! So Leute! Das ist typisch, als wenn man nicht der Geist ist! Darf ich mal der Geist sein? Äh! Komm mal, warum ist denn jetzt... Wer ist denn jetzt... Hä? Warum denn Eddie? Ey, warum werde ich nicht, Geist? Wenn du das nicht verdienst, du bist weiß ich! Ja! Ey, der ist voll der Scheißstart hier! Der Mongo ist frei! Komm ich da hau! Komm ich da durch! Ich weiß, wie ich da durchkomme, aber... Nein! Der kommt jetzt bestimmt! Ja! Hahaha! Scheiße! Ah! Alter! Ja! Oh fuck, meine! What's the fuck! Ich hab die Kiste angeklickt, da kam der raus! Oh mein Gott! Ja, ich darf geist sein! Jawoll, jetzt endlich! Wir haben gewonnen! Ja! Easy! Komm wir gehen zusammen hier, hier dann! Aber am besten nur gehen! Borschen! Er ist hier! Er ist nicht hier! Doch, ich hör ihn drehen! Äh, gehen! Er ist unter uns! Nein, er ist über uns! Ah! 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 woher ist es ja? Ja! Ah! 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 Das ist die gelbe Anzeige oben, das ist hier manifestations! Und ak�! Ah! 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 Okay, wo ist der? Nein! Es ist im Keller, es ist im Keller! Geh weg! Ey, das war so geil, ne? Das war so ne sneaky Move, den ich da gemacht hab. Er kommt hoch, er läuft hoch, er läuft hoch. Er ist hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Krass, Alter! Geil! Dieses Spiel, Alter! Das Spiel fickt meine Mind, Alter! Das fliegt meine Mind in den Arsch! Aber ich find das, der Geist bisschen wenig Ausdauer hat, ey! Ist das ein Geist, oder was? Hä? Was ist das? Fuck, wir sind keine Geiste, scheiße! Bin ich denn gescheit? Nein, Poli ist ja gar nicht! Ah! Das war nur, das war nur Eddie! Das war nur ich, ich könnte sagen! Eine Frau, nein! Unter uns, er ist unter uns, Leute! Ja, dann hier lang! Wie, wo lang? Hä? Wo seid ihr lang gelaufen? Ja, rennt er lang! Äh, lass mal hier lang! Wo ist er? Oh, fuck! Alter, ich hab grad richtig Angst, war! Ja, das sieht man den Geisten nur, wenn man das Handy anhört! Ja, dann sieht man so einen roten Nebel! Hört's ja? Ja, hi, Eddie! Hauptsache, stehen die beide hier oben drauf! Ja, Alter, das ist das sicherste Punkt, wenn er in der Nähe ist, einfach wegspringen! Ah! Mann! Mann! Ich hab' grad' grad' jemand! Alter! Ich hab' vergessen, dass ich das Handy anmachen muss! Jetzt einer hat bloß, Benni, lauf, Benni, lauf, Benni, lauf! Was? Ich hab' gefahren, lauf! Der ist auch... Der kommt drückt! Der kommt drückt! Der kommt drückt! Der kommt drückt! Benni, lauf! Er ist hinter dir! Benni, lauf! Benni, lauf! Benni, tot! Ah! Ey, das ist voll kacke! Der ist voll die scheiß aus, Alter! Ohne Spaß! Potti! Ey, Leute, ich bin jetzt hier gefangen! Hallo! Ja, warte! Gehst du jetzt da hoch? Oh, Potti! Also, Daniel fällt hoch, ne? Die ist jetzt zur mittlere Etage rausgegangen, wo das Fleisch ist! Hat er den Badger? Ja, der hat einen! Der hat einen! Oh, Potti! Potti, lauf, lauf! Potti, lauf, lauf! Potti, lauf, lauf, lauf! Potti, lauf, lauf, lauf! Oh mein Gott! Potti! Potti! Renn! Renn! Geh durch die Tür! Ich mach die zu danach! Ja, mach das! Ich auch! Nein! Renn durch! Potti, ich verkehr! Nein! Hahaha! Scheiße! Ich hab jetzt ja gut platziert, oder? Ja! Das ist mal geil! Irgendwie hab ich ja jetzt... Boah! Soll ich vielleicht mal... Ich würd erst mal sagen, das war's! Nein, noch eine Runde! Junge, ich hab kein Ding zu nehmen! Egal, ich nehm weiter auf! Ja, das war's ja! Ich nehm weiter auf! Ja, dann nimmt er noch eine Runde auf, wir nicht! Okay, ich wollte auch! Ja, okay! Tschüss! 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 Minus! Oh mein Gott! Ja, wir sollten abhauen! Also... Wer ist Geist? Jungs, wer ist Geist? Äh... Benni! Hä? Warum? Lass... Lass mal Dinge zu... Bei jedem schaffen wir das! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Nein! Dass du nicht in der Fall! Heheheh Komm schon! Ich hab nen neuen Aufzug gefunden. Aber den benutze ich nicht. Herbos ist jetzt auf der Ebene, wo wir gespawnt sind. Dann geht er wieder in Richtung Mitte über diese Tische. Daniel! Ja? Such Uhr! Mach es! Jetzt ist er wieder unten. Er ist auf diesen Rohren oben drauf. Was? Ne, in der Mitte, da ist so dieser oben. Ja, ja, ich sehe ihn. Ich hab' ihr verloren verdammt. Er ist immer noch diesen Rohren gewesen eben. Ich würde keine Rohren mehr. Ja, er ist immer noch da drauf. Ich hab' eine. Ich hab' eine. Er geht gerade ne Treppe hoch. Oh mein Gott, der kommt zu weh. Mal noch Treppe hoch. Gotti! Ja. Ja. Oh mein Gott! Fuck! Daniel! Gut platziert, oder? Ich kann mich nicht bewegen. Nein, oder? Erst auf den Rohren, in der Mitte. Das dauert 30 Sekunden, ne? Fuck, Alter! 3 Uhr an! Ja, ich bin am hängen. Ja, ich bin am hängen. Rennst du dir, renst du dir, renst du dir! Ja, er ist runtergefahren, er ist verkackt. Er ist verkackt, er ist verkackt. Aber... Ja, ich auch. Ja, ich bin. Ich bin mit Abstand der schlechteste Geist. Ey, stimmt doch gar nicht. Auf jeden Fall Leute, das war's jetzt bei mir und guckt bei den anderen beiden vorbei. Bis dann und ciao! Tschüss! Tschau! Tschau!